Hallo, ich bin Karin Pohl aus Wuppertal, bin Psychotherapeutin seit mehreren Jahren und ich freue mich, dass ich hier bei Kunst am Zaun die Möglichkeit hatte, mal meine Geschichte niederzuschreiben und das auf ganz leichte Art und Weise, was damals sehr gut war für meinen Tinnitus, mit dieser Geschichte auch mal rauszugehen und auch wirklich Mut zu machen, dass es wieder eine Lösung gibt. Und das Ganze habe ich natürlich in der mutmachenden Lebensgeschichte Band 1 dargestellt und habe dann auch weiter noch eine zweite Geschichte mitgeschrieben in Kunst mein Lebenselixier, weil auf der anderen Seite ich so viel gemalt habe in den letzten Jahren und tatsächlich wurde auch durch dieses Projekt, weil jemand die Geschichte gelesen hat, ein Bild von mir verkauft. Und ich sage einfach mal Danke an Petra Poth und ich sage Danke an Kunst am Zaun, ein tolles Projekt und ich kann dich nur motivieren, schreib doch selber mal eine Geschichte mit im nächsten Band. Und mittlerweile sind schon das zweite und dritte raus oder kauf dir ein Buch. Es ist einfach faszinierend, was dann passiert. Viel Spaß dabei. Ciao.